Jetzt ist ihr wieder flirten, Kallimann. Ich glaube, Peach hat gerade was anderes zu tun. Da hast du jetzt gerade gegen einen Knautsch verloren. Ja, sowas aber auch. Nochmal probieren. Tja, Kalli. Oh, Peach hat den Knautsch liegen lassen. Deine Chance, Kallimann. Schatzi, ich glaube, das ist für Peach alles noch zu spannend. Ja, Mausebein hat noch keine Zeit, mit dir zu spielen. Vor allen Dingen sind ja jetzt auch die Pieper unterwegs. Wo seid ihr denn eigentlich alle? Hallo, hallo, ihr Süßchen. Na, Pixi? Komm her, Pixi-Bär. Na, komm schnell. Ja, prima. Hat der Pimpf gerade nicht aufgepasst, ne? Hier, 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 hier. Du Süßi. Peachy-Maus, wo bist du denn? Da bist du. Ach, jetzt ist der Pimpf schon wieder weg. Und der Pix auch. Ich hole mal den Pix nochmal, wenn er Zeit hat. Pixi, kommst du nochmal? Komm, wir wollen mal Peach hallo sagen. Also ich würde wollen, dass du hallo sagst. Ob wir wollen, weiß ich nicht. Komm her. Weißen? Der Pimpf hat was anderes zu tun. Du kannst ruhig kommen. Komm, Pimpfbär, hm? Du kannst auch hallo sagen, komm. Willst du doch aber gar nicht, weiß ich doch. So, komm her, Pix. Prima. Wo haben wir denn, Peachy, da unten? Oh, hast du gesehen? Da war der Pixel. Hm? Die sind gar nicht gruselig, ne? Habe ich dir gestern schon versprochen. Ja, habe ich dir versprochen, sind die gar nicht gruselig. Die sind spannend und ganz nett. Hm? Die kommen dir bestimmt nachher auch noch ein bisschen dichter Hallo sagen. Ja, die müssen auch erst mal gucken, wer du bist. Gucke, Pimpfi ist schon da. Und Pimpfi schon wieder weg. Gut, ihr Süßen. Ja, Mundi Maus auch. Falls ihr es übrigens noch nicht wisst, ihr seid jetzt alle ein bisschen müde. Könnt euch jetzt ein bisschen in irgendwelche Ecken knautschen. Mundi, auch müde. Ja, ich weiß. Wann machst du hier? Hm? Tanzt du auf zwei Beinen, ja? Rübchen. Kalli? Du bist auch ein bisschen müde. Boah, hier ist was los, war Pichi? Hm? Na, juck, 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 juck. Gut. Guck dir das Kino noch ein bisschen an, ne? Und dann packt ihr euch demnächst mal alle ein bisschen irgendwo hin. Viel Spaß. Ciao, guys.